hey leute willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal und heute gibt es nicht irgendein video nein heute gibt es einen blog und zwar war ich auf der maker fair das ist so eine roboter technik messe und ich würde sagen ich switch dann einfach mal rüber zur vlogging kamera viel spaß wir sind jetzt hier in der maker fair drin und ja ich würde sagen ich zeige euch jetzt mal eine fette montage ja 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 jetzt Wir spielen jetzt gerade hier in den Vintento Labo, wo es sich sehen kann. So wir sind jetzt raus aus der Maker Faire. Ähm, ja hier das fette Armband noch dabei. Müsst ihr euch auf jeden Fall gönnen. Also ich fand die Maker Faire echt cool. Und danach war der Akku leer. Ich hab auch so ein paar kleine Mitringsel. Einmal ein Flyer, ein Kassenbon, noch ein Flyer, ein abgeschnittenes Armband und natürlich unser Stempel. Am coolsten fand ich natürlich das Essen, was ich natürlich nicht gefilmt habe. Aber ich muss sagen, ein Schokobananenkrepp oder eine selbstgemachte Pizza war schon lecker. Ne, Spaß Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr so etwas nochmal sehen möchtet, schreibt mir 100 kreative Kommentare unter dieses Video. Ich werde die 5 lustigsten aus und lese sie im nächsten Video vor. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, war's was mit dem Video. Bis dann und ciao. Die Frage ist halt, wann kommt der Bus? 24 Minuten. Bus 121 Richtung Straße. Ja, 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 ja. Vie Schlacht. Nee. dot,